Das Bild, was du als erstes siehst, sagt über dich aus, was für ein Mensch du bist. Das allererste Bild. Wenn du jetzt zuallererst den Wasserfall gesehen hast, dann zeigt das, dass du ein sehr kreativer und zurzeit gerade ein sehr glücklicher Mensch bist. Wenn du zuallererst die verschiedenen Männer hier in diesen weißen Gewändern siehst, dann heißt es, dass du momentan sehr einsam bist und dich sehr unwohl fühlst. Wenn du auf diesem Bild hier zuallererst die Vase siehst, dann sagt es über dich aus, dass du wirklich eine sehr zielstrebige Person bist und wirklich genaue Ziele hast, die du momentan jeden Tag verfolgst. Wenn du aber zuallererst die zwei Gesichter hier gesehen hast, dann sagt das etwas nicht so Gutes über dich aus. Das sagt ebenfalls aus, dass du momentan wirklich sehr einsam bist und du dich einfach nicht gut fühlst. Deswegen erkennst du zuerst die Menschen.